Was ist das, was ich für mich veröffentlicht habe? Nicht das erste Mal, es ist mittlerweile das sechste oder siebte Mal, aber in diesem Falle, wie auch in den vorherigen, wo ich nichts Verwerfliches getan oder geschrieben habe, ist es so unfassbar, dass ich mir es dieses Mal auf keinen Fall bieten lassen werde. Vorab will ich euch allerdings erklären, worum es überhaupt in diesem Fall geht. Könnt ihr euch noch daran erinnern, natürlich könnt ihr das, als der 20-jährige Ali Bashar die 14-jährige Susanna vergewaltigt und ermordet hat und im Anschluss mit seiner gesamten achtköpfigen Familie über Düsseldorf nach Istanbul zurück in den Irak geflohen ist? Deutsche Bundespolizisten unter der Führung des obersten Bundespolizisten haben dann in vorbildlicher Art und Weise in Absprache mit der kurdischen Zentralregierung diesen mutmaßlichen Vergewaltiger und Mörder wieder nach Deutschland zurückgeholt. Eine für mich absolut lobenswerte, ehrenhafte und vorbildliche Tat. Dieses nahm einen Rechtsanwalt allerdings zum Mittel, um für sich, meiner Ansicht nach, Eigenwerbung zu betreiben und ich habe daraufhin auf seiner öffentlichen Facebook-Seite diese Seite mit einem Stern bewertet und habe folgenden Kommentar bzw. folgende Bewertung schriftlich dort hinterlassen. Und jetzt frage ich euch, was haltet ihr von diesem Kommentar? Denn ich bin für diesen Kommentar erneut für 30 Tage von Facebook gesperrt worden und ich kann euch eins sagen, ich werde mir dieses nicht bieten lassen und ich werde bis zur letzten Instanz dagegen vorgehen. Ich habe dafür den Deutschland bekanntesten Anwalt gegen rechtswidrige Facebook-Löschungen konsultiert, Herrn Dr. Christian Stahl und werde gemeinsam mit ihm gegen diese unfassbare Rechtswidrigkeit vorgehen. Und nun hört selber, was Rechtsanwalt Dr. Stahl zu diesem meinem Post zu sagen hat. Herzlich willkommen bei Repco, der Kanzlei für neue Medien, wieder im Einsatz gegen die Zensur und für die Meinungsfreiheit. Heute hat uns Tim Kellner kontaktiert. Tim Kellner ist vielen bekannt, er ist auf YouTube sehr aktiv, er ist auch auf Facebook aktiv. Er hat tausende von Folgern, die seine Videos anschauen und denen er offenbar aus dem Herzen spricht. Und Tim Kellner ist jetzt für 30 Tage gesperrt worden wegen eines Beitrages, ich will den jetzt nicht vorlesen, der sich mit auseinandersetzt mit einem Berufskollegen von mir, einem anderen Anwalt, der seinerseits wiederum Strafanzeige gegen die Bundespolizei erstattet hat wegen der Rückführung des mutmaßlichen Mörders Ali Bashar aus dem Irak nach Deutschland. Dieser Beitrag von Tim Kellner, ich hoffe er wird jetzt hier eingespielt, der soll angeblich gegen die Standards von Facebook verstoßen. Gegen welche Standards wird nicht gesagt, also zwar Gemeinschaftsstandards sind genannt, aber welche genau ist völlig unklar. Das ist absolut lächerlich, dieser Beitrag verstößt gegen kein Gesetz und er verstößt auch nicht gegen diese Wischiwaschi-Gemeinschaftsstandards, die ja schon mehrere Gerichte auch für unwirksam erklärt haben. Wir werden deswegen für Tim Kellner gegen diesen Blödsinn vorgehen. Wir haben Facebook bereits abgemahnt und werden selbstverständlich auch vor Gericht gehen, so wie in vielen anderen Fällen auch, wenn Facebook hier nicht klein beigibt. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Es ist eine spannende Geschichte, eine absolut lächerliche Sperre seitens Facebooks und wir kämpfen dagegen an, so wie auch in allen anderen Fällen. Danke und bis zum nächsten Mal. Und damit ihr dieses unglaubliche Vorgehen seitens Facebook euch nochmal vor Augen führt, was aus rechtlicher Sicht eindeutig sowohl rechtswidrig ist, weil es zum einen nicht im Geringsten gegen irgendein deutsches Gesetz verstößt und zum anderen auch nicht im Geringsten gegen die Verhaltensrichtlinien von Facebook verstößt, könnt ihr euch noch einmal meinen Kommentar durchlesen. Wer möglicherweise aus Geltungsdrang oder möglicherweise fehlender Mandanten anders ist die Strafanzeige gegen Bundespolizisten und letztendlich zugunsten eines mutmaßlichen Vergewaltigers und Mörders Ali Bashar nicht zu erklären, krampfhaft versucht, Aufmerksamkeit zu erreichen, dem fehlt es zumindest an einem, Charakter, Fazit, bemitleidenswert. Vielleicht fehlt es aber schlichtweg auch am Handwerkszeug eines Anwalts, Rechtswissen. In jedem Fall dafür ein Stern. Gratulation. Ich denke, wir sind alle der gleichen Meinung, dass alles irgendwann einmal reicht bzw. genug ist. Und ich kann euch hiermit versichern, dass ich dermaßen die Schnauze voll habe und ich lasse mir das nicht bieten. Mir ist es komplett egal, ob das Facebook ist oder ob es ein kleiner Angestellter eines Löschungszentrums war, der möglicherweise ein Gutmensch ist oder ein ganz normaler Bürger oder möglicherweise ein Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Ist mir alles komplett egal. Fazit ist, diese Person hat aus rechtswidrigen und falschen Gründen mich erneut für 30 Tage gesperrt. Und das werde ich mir nicht bieten lassen. Freunde, ich fasse nochmal ganz deutlich zusammen. Ich habe für die Bundespolizei Partei ergriffen. Ich habe für den deutschen Rechtsstaat Partei ergriffen. Und ich habe meinen Unmut darüber bekundet, dass ein deutscher Rechtsanwalt sich eine Bühne verschaffen will zugunsten eines mutmaßlichen Mörders und Vergewaltigers. Nichts anderes habe ich getan. Und für nichts anderes bin ich von Facebook gesperrt worden. Was ich natürlich auch nicht verheimlichen will, es mag möglicherweise eine Mutmaßung sein, aber interessant ist auch in diesem Fall, dass Liz Moon, die Chefin von Bertelsmann, eine sehr enge Freundin von Angela Merkel ist. Avato, die wiederum die Löschzentren für Bertelsmann betreiben, sind ihrerseits eine Tochterfirma von Bertelsmann. Und so schließt sich möglicherweise der Kreis. Denn meines Erachtens nach ist es schon mehr als komisch, dass ausgerechnet einen Tag, nachdem ich dieses, in Anführungsstrichen, vernichtende Merkel-Video hochgeladen habe, ich ausgerechnet wieder bei Facebook gesperrt werde. Freunde, dieser Angriff auf die Meinungsfreiheit betrifft uns alle. Und deshalb bitte ich euch, dass ihr mich in diesem Fall für uns alle gemeinsam unterstützt. Verbreitet dieses Video, empfiehlt es weiter. Denn es kann nicht sein, und das sage ich auch direkt an Facebook, dass eine amerikanische Firma aus einem Land, wo das Recht auf freie Rede mit eines der höchsten Güter ist, sich von einem Heiko Maas und einer Angela Merkel am Nasenring durch die Manege führen lässt. Es ist ein Armutszeugnis. Und jetzt an euch alle da draußen gemeinsam, würde ich doch sagen, wir schaffen das. Und eine ganz letzte kleine Hinweisgebung an Facebook oder wer auch immer für die Löschung dieses Posts verantwortlich ist. Ich denke nicht, dass das die beste Idee von euch war, das so zu tun. Denn eins verspreche ich euch, ich bewege mich auf dem Boden des Rechtsstaates und solange ich weiß, dass ich das Recht auf meiner Seite habe, werde ich keinen Millimeter weichen und bis zum Ende kämpfen und streiten, um dieses Recht zu erlangen. In diesem Sinne, man sieht sich und bis bald. das ist mir direkt am Atмоraktion, zu erlangen. Vielen Dank.